Magst du kurz herkommen? Nein? Du spielst da unten? Okay. Ähm, wie erklär ich das am besten? Scheiße, Mann, das GIF, was ich hier gewählt habe, ist absolute Kotze. Ähm, ja, Leute, ich esse jetzt nebenbei ein bisschen und da werde ich ein bisschen erzählen. Mir noch so Kartoffelgemüse, sieht aus wie Kotze, Alter. Aber es ist lecker, vertraut mir. Ähm, Romana zockt Fortnite, ich weiß, Leute, ich weiß. So, wer von euch verfolgt denn regelmäßig meine Instastories, meine Freunde? Revinzeit, TV hat gechiert und, äh, Belohnung mit 25 anderen Incheck, das heißt Ehre. Dankeschön, danke an meinen Server an der Stelle hier. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen, vielen Dank. Keiner. Wenn 150.000 bis 300.000 Views auf der Instastory keiner ist. Gut, ich weiß, Monta hat, glaube ich, immer 500.000 oder sowas, aber das ist ein anderes Level. Ähm, passt mal auf. Ich mache mal ganz so ein bisschen Musik hier an. So, Leute, Kamera nochmal scharf stellen hier, wa? Ähm, folgendes ist das Ding. Ich habe in den letzten Tagen, äh, das kann auch Dekin hier gerne klippen und aufnehmen, sehr viel Stress gehabt. Und zwar, kann man hier, kann man hier. Äh, und zwar, Leute, ist uns etwas passiert. Ich zeige das jetzt das erste Mal hier. Ähm, Leute, wir haben uns spontan für einen Hund entschieden. Das ist unser Hund. Und, äh, ich will davon aus gar kein, gar keine große Welle machen. Warte mal, komm mal her, ich muss dich vorsichtig nehmen, der ist noch relativ klein. Komm mal her. Kannst du auf den Tisch gehen? Das geht, oder? Komm mal da. Wenn du da hinguckst, komm mal hier. Da. Andersrum. Andersrum. Okay, ich zeige ihn euch gleich mal, Leute. Das ist, äh, unser Hund, Akani. Benannt nach dem gleichen Namen im Pokémon. Ich zeige ihn noch einmal ganz kurz hier in die Camp. Da ist er. Der kleine Süßling. Und Akani ist durch einen Zufall zu uns gekommen. Ähm, das ist kein Prank, das ist real. Ich, äh, hatte eigentlich mit Jodie schon länger überlegt, sich einen Hund zu holen. Hab mich aber dann doch irgendwie, nein, 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 das ist mein Essen, Bruder. Hab mich dann doch irgendwie dagegen entschieden. Ähm, und, äh, dann ist folgendes passiert, meine Freunde. Nein, 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 das ist mein Essen. Äh, das ist ein, ein Zwerg, ein Kleinspitz, genau. Ein Kleinspitz ist das, sechs Monate alt. Äh, Jenkes hatte sich den Hund geholt tatsächlich. Und hat allergisch auf den Hund reagiert. Und, ähm, dann, dann hab ich die ganze Zeit echt überlegt. Shit, Mann, dieses Tier ist so süß. Äh, kann, Akani, komm mal her wieder. Komm mal wieder zu mir. Uh, komm her. Ähm, dieses Tier ist so süß und so gut und so nice einfach. Wir haben uns so gut verstanden, äh, dass ich gesagt hab, ey, eigentlich will ich den nicht wieder abgeben. Ähm, deshalb bin ich momentan, ähm, deshalb bin ich momentan sehr, sehr viel, ne, ist kein Zwergspitz. Ist ein Kleinspitz, kein Zwergspitz. Ähm, Zwergspitz ist nochmal eine Nummer kleiner. Akani oder Fucano? Ja, deshalb halt, deshalb genau Akani, weil er halt aussieht wie ein kleiner Fuchs. Und Fucano ist ein Fuchs bei Pokémon? Ja, keine Ahnung. Jenkes hat also auf den Hund, ähm, tatsächlich aggressiv, äh, nicht aggressiv, allergisch reagiert. Und hat gesagt, okay, wir können den nicht behalten. Und der Hund hat mit den Katzen ein bisschen Probleme gehabt. Jenkes und Jan haben ja zwei Katzen. Und, ähm, das hat nicht ganz gepasst. So, dass dann tatsächlich wir gesagt haben, okay, wir, äh, würden den jetzt erstmal fürs Wochenende übernehmen. Und schauen mal, ob das sinnig ist, den zu behalten oder nicht. Und wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden. Das Wochenende, Leute, war eines der stressigsten Wochenende meines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, plötzlich hat mein Hund da ein Lebewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, und, ja, keine Ahnung. Deshalb, äh, war es halt ein extrem anstrengendes Wochenende. Ich wusste natürlich, wie man mit dem Hund umgeht. Ich habe lange Zeit einen gehabt, mit meinen Eltern zusammen. Äh, von daher war das für mich nichts so Neues. Für Jodie war das natürlich auch echt erstmal eine neue Situation und alles. Aber wir haben uns dann halt einfach, lange Rede kurz nachsehen. Ich habe zuerst versucht, jemanden im Freundeskreis zu finden, der den übernimmt. Aber habe dann ganz schnell irgendwann nach zwei, drei Nächten so gemerkt, ey, eigentlich muss ich den wirklich, wirklich behalten. Und das ist kein, das ist kein Joke so. Ich prank euch hier nicht, Leute. Der Hund ist jetzt ab sofort Teil von Jodie und mir. Ähm, ein bisschen belastend, dass er jetzt halt, weil es war ja nicht geplant, den Hund jetzt zu bekommen. Ein bisschen belastend ist leider jetzt, dass wir jetzt, äh, also dass ich jetzt erstmal noch unterwegs bin. In Amsterdam jetzt, äh, die Tage. Und dann noch sehr viele Drehs anstehen. Unter anderem auch mit Lukas ein paar Kampagnen-Drehs und sowas. Und einen Dreh in Paris von, ähm, ein Tag Ja sagen. Wo ich den Hund natürlich nicht mitnehmen kann, da passt Jodie oder meine Mama auf ihn auf. Ähm, aber ich habe mir natürlich jetzt erstmal respektive dessen, dass der Hund halt sechs Monate alt erst ist. Ähm, so viel Zeit genommen, wie es halt geht. Und, keine Ahnung, deshalb, äh, ja, wird er November auf jeden Fall auch wahrscheinlich Stream-mäßig ein bisschen weniger werden, damit ich mich um den kleinen Racker kümmern kann, ne? Ja, na Mann, du. Versteht, glaube ich, gerade gar nicht, was abgeht, Alter. Ja, keine Ahnung. Sechs Monate ist er alt. Ein, ähm, Kleinspitz. Super, super süß. Ist echt schon gut erzogen. Er kann sogar schon, äh, Pfötchen und sowas geben. Und, ja, keine Ahnung, Mann. Irgendwie haben wir jetzt spontan einen Hund bekommen, Leute. Ähm, so sieht es aus. Ich weiß nicht. Es war mega, 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 mega süß. Wir haben uns echt gut verstanden. Er ist jetzt schon mega attached. Das hier ist mein Lieblingstoy. Guck mal hier. Guck mal hier. Das mag er richtig gerne. Die Banane von Fortnite. Die mag er richtig gerne. Wir haben natürlich auch andere Toys hier und sowas. Ähm, aber ja, was soll ich sagen, Leute? Deshalb haben wir gerade einen Hundi, ne? Und der ist super entspannt. Ich kann hier, das ist das Ding. Ich habe natürlich auch ausprobiert, wie das ist, wenn ich arbeite. Und ich nehme hier auf und so, stresse das den Hunden und sowas. Und der Hund liegt ganz entspannt unter mir. Ich werde es auch gleich, äh, halt ganz normal streamen. Der Hund ist hier. Alles entspannt, alles easy. Ähm, das Schöne ist, dass ich jetzt halt gleich nochmal das Glück habe, dass meine Managerin gleich nochmal schnell mit ihm rausgeht. Weil ich halt jetzt einen sehr, sehr langen Stream vor mir habe und es dann nicht schaffe, ohne eine Unterbrechung, ähm, mit ihm Gassi zu gehen. Aber dafür haben wir noch andere Leute, die dir hier Unterstützung leisten. Kleiner Mann, das passt also. Aber wie gesagt, Leute, der Hund, ähm, ja, ist jetzt tatsächlich Teil unserer Family. Ich zeige ihn euch nochmal ganz kurz. Komm mal her. Komm mal hier, Mäuschen. Komm mal da. Da, schau mal. Ja, so sieht er aus, Leute. Ehrenhund. Keine Ahnung, Mann. Mach mal eine Hundecam. Habe ich sogar überlegt, Leute. Ich habe echt überlegt. Der hat hier hinten sein Setup. Vielleicht machen wir irgendwann tatsächlich eine kleine Kamera hinten in die Ecke. Ich will ihn erst ganz langsam an dieses ganze Ding ranführen. Wir müssen es natürlich erst mal verstehen, aber wir kommen jetzt schon echt gut miteinander aus. Er hört schon, Leute. Und, ja, er sieht halt echt aus wie ein Fuchs, ne? Arkani sein Name. Absoluter Ehrenbruder. So, hör auf zu knabbern. Lass dich jetzt runter. Und dann, steh mich ein bisschen. Und dann, sehen wir uns gleich wieder, okay? Mäuschen, komm her, pass auf. Lass dich mal runter. Achtung. Komm her. Hier, komm mal. Bitte schön. Ist ein sechs Monate altes Männchen tatsächlich. Und, ja, das wollte ich einfach mal, bevor jetzt hier irgendwas ist. Oh, Leute, er guckt mich so süß an seinem Tisch an, ey. Aber das ist spannend. Der pennt gleich einfach weg. Das ist mega geil. Ja, keine Ahnung. Das wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz vorher angesprochen haben, bevor wir jetzt überhaupt hier den Stream starten. Einfach damit ihr rafft, was hier abgeht. Wisst ihr, wenn hier mal irgendwas rumbrusselt, dann ist das der Hund. Und das ist dann einfach jetzt normal. So, ich hab jetzt halt einen Welken hier. Aber, Akani, Digga. Ehren Hund, alle in den Chat, meine Freundin. Ich bin richtig, richtig froh, dass er hier ist. Für mich sowieso klingt ein bisschen dumm. Für mich ist es extrem nice, generell erstmal so ein bisschen Ruhe zu haben. Wisst ihr? Also, sich wirklich zu zwingen, rauszugehen mit dem Tier. Ich war heute bestimmt zwei Stunden draußen. Bis jetzt schon. Ich fütter ihn mal ganz kurz. Kleinen Moment. Zwei Stunden schon draußen. Und das ist mega, mega entspannt. Weil das Tier halt super, super da kooperiert und super mitspielt, Leute. Und es ist für mich echt geiles, sich mal aus diesem scheiß Keller rauszubewegen. Und sich mit der Natur unter diesem Tier auseinanderzusetzen. Nächste Woche geht's auch zum Tierarzt und in die Hundeschule. Und dann wird sich um den kleinen Mann hier gekümmert. So, komm her. Komm. Guck mal hier. Wie gesagt, das ist State of Life momentan bei mir. Ja, mir ist ein Hund. Keine Ahnung. No placement though für dieses Hundefutter. Lieber für meinen Stuhl. Ehre. Ja, Leute. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Und ja. Wir haben einen Hund. Und demnächst kommt auch noch ein neuer Mitarbeiter dazu. Dazu erzähle ich aber dann, was, wenn es soweit ist. So.